Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die OKY-UKI3 Pro Drohne mit 4K-Kamera, die auf Amazon erhältlich ist. Diese Drohne verspricht eine beeindruckende Flugzeit von 50 Minuten, eine 200 Meter FPV-Übertragung und viele weitere spannende Features. Aber hält sie wirklich, was sie verspricht? Bleibt dran, um es herauszufinden. Die OKY-UKI3 Pro Drohne ist mit Dual-4K-Kameras ausgestattet. Die spektakuläre Luftaufnahmen und Videos in ultra-high-definition ermöglichen. Jedes Bild ist klar, detailreich und von bemerkenswerter Qualität. Die flexible 150-Grad-Kamera-Einstellung erlaubt es Ihnen, atemberaubende Bilder aus einzigartigen und gewagten Perspektiven einzufangen. Ein weiteres Highlight ist die erweiterte Präzisionskontrolle. Mit der 4-Kanal-2,4G Fernsteuerung können Sie den Himmel mühelos beherrschen. Funktionen wie One-Touch-Start und Landung sowie erweiterte Lichtsteuerung machen jeden Flug reibungslos und einfach. Die OKY-UKI3 Drohne bietet eine beeindruckende Flugzeit von etwa 50 Minuten dank der beiden leistungsstarken 2000 mAh intelligenten Flugbatterien. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, jeden atemberaubenden Blick vom Himmel aus zu erfassen. Sicherheit ist ebenfalls ein großes Thema. Die Drohne ist mit einer intelligenten Hinderniserkennung in drei Richtungen ausgestattet, die sicherstellt, dass ihre Flüge frei von Kollisionen sind. Die vielfältigen Flugoptionen, darunter der Follow-Modus, Trajektorienflug, Immersiver VR-Modus und variable Geschwindigkeitsschalter, machen jeden Flug zu einem exklusiven Abenteuer. Aber wie schneidet die OKY-UKI3 Pro im Vergleich zu ähnlichen Produkten ab? Im Vergleich zu anderen Drohnen in dieser Preisklasse bietet die OKY-UKI3 Pro eine hervorragende Kombination aus Preis und Leistung. Die Verarbeitung ist top, die Arme wirken fest und die Befestigung der Propeller ist solide. Auch die Fernbedienung macht einen guten Eindruck und liegt gut in der Hand. Die Drohne wird direkt in einem Case geliefert und enthält eine ganze Reihe Zubehör, darunter eine Fernbedienung, diverse Ersatzteile, ein Ladekabel und eine Anleitung. Die Bedienung ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach ca. 15 Minuten hat man den Dreh raus. Die automatische Start- und Landefunktion ist besonders praktisch. Die Videoqualität der 4K-Kamera ist mehr als vernünftig und auch die Bodenkamera mit 1080p liefert gute Ergebnisse. Die beiden Akkus reichen für jeweils ca. 20 Minuten Flugzeit, was mehr als ordentlich ist. Nun zu den Testimonials von zufriedenen Nutzern. Smith aus Deutschland gibt der Drohne 5 von 5 Sternen und lobt die herausragende Leistung und beeindruckenden Features. Nico findet die Drohne optimal für Anfänger, Kinder und Erwachsene und hebt die gute Verarbeitung und einfache Bedienung hervor. Ein Bekannter ist ebenfalls begeistert und betont die gute Videoqualität und das umfangreiche Zubehör. Mohamed Abouley schätzt die Stabilität und Langlebigkeit der Drohne sowie die kristallklaren Bilder und Videos. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Timo Fuchs gibt der Drohne nur 1 von 5 Sternen und berichtet von Problemen mit der Kameraqualität und der Steuerung. Seine Drohne ist sogar verloren gegangen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die OKY-UKI-3 pro Drohne ein hervorragendes Gesamtpaket bietet. Sie ist ideal für Anfänger und erfahrene Piloten, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und vielseitigen Drohne sind. Die Stärken der Drohne liegen in der hervorragenden Videoqualität, der langen Flugzeit und den vielfältigen Flugmodi. Schwächen sind die gelegentliche Latenz bei der Steuerung und die gemischten Erfahrungen einiger Nutzer. Wenn Sie also auf der Suche nach einer hochwertigen Drohne sind, die Ihnen atemberaubende Luftaufnahmen ermöglicht, dann ist die OKY-UKI-3 pro eine ausgezeichnete Wahl. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und die Drohne auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.